Ja, liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Case Opening und dieses Mal mit 20 Falcon Cases, ja, und ich hab mich dann doch irgendwie selbst dazu überredet, Falcon Cases aufzumachen, denn ja, mich juckt irgendwie noch die Marine Revenge, weil ich bin derzeit noch selber sehr stark im Überleben und die mir doch nicht wiederholen, weil die gefällt mir dann doch schon sehr rund, obwohl ich ja die Fire Serving habe oder auch weiter, die gefällt mir einfach, weil die so in einem, also ich weiß nicht, das ist so ein, ach so, okay, da geht Lilla vorbei, da geht Pink vorbei und ich geht blau, ey, und das ist Battlescard, danke schön, danke schön, und, ähm, Deshalb bin ich halt noch, oh, ein StatTrak MP9, auch nicht so, ähm, also, falls Sie wissen, heute, ich bin natürlich immer ein bisschen am Vorproduzieren, es ist gerade Halbzeit von dem ESL One Cologne, Zeit auf dem Film zum Finale zwischen Phanatic und Envy, und, ähm, da ich denke, dass wir jetzt nur ein bisschen geworden haben, wir dann wieder, ja, komm, jetzt einfach mal ein paar Cases, und, ähm, das macht ja auch Spaß Cases zu eröffnen, weil ich gucke jetzt gerade in den Film, der ist jetzt gerade gemütet, weil sonst würdet ihr das ja hören, ähm, und, ähm, ich glaube, ich hoffe, dass ich jetzt, äh, rechtzeitig fertig werde, ne, ich kann natürlich ein bisschen später dazu, weil ich sehe es halt, da kommen uns auch dazu, aber, ähm, und, ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, und, für das nächste Case Opening muss, werde ich mir wahrscheinlich noch was überlegen, weil ich bin mir da, bei dem nächsten Case Opening, bin hier noch nicht wirklich so sicher, und, ähm, was, was für Case ich denn, dann, dann öffne, weil, das, ähm, dann, ähm, Falcon, ja, hab ich jetzt nur so reden lassen, ich hab da ein paar Cases wieder bekommen, und, ähm, ich hab mir gedacht, ja, komm, machst der halt dein, ähm, das Case Opening zuvor kommen lässt, und, ähm, und, ähm, weisen wir dann, ob dann, ob dann ab, ähm, ob dann ab, ähm, ob dann ab nächste Woche bitte, Dings kommt, ähm, Chroma 2, weiß ich nicht, kann ich gar nicht sagen, vielleicht, ja, vielleicht aber auch nicht, und, ähm, und, ähm, ja, keine Ahnung, es kann nur sein, dass hier, und, oder, Phoenix, oder, was hab ich noch, was hab ich noch, und, ähm, wenn's mir noch nicht, glaub ich noch ein paar, muss ich gucken, welche Skins mir gefallen, ähm, aber, da wird sicherlich noch etwas komisch, kann ich mir gut vorstellen, haha, ah, da wär eine Irrela, Oh, ne, Bunsenbörner, äh, Warum, tut mir leid, tut mir leid, wenn ich grad ein, und, ähm, so, ruhig bin, aber, ja, ich guck grad ins Stream, haha, ja, aber wir haben noch eine Case, keine Ahnung Case, so, oh, ähm, und, ja, leider nicht die Aqua Marine Revenge, so, gucken wir mal kurz rein, äh, ja, das ist mein Sack, so, wir haben, das hier, was hab ich denn da, ah, ok, kann ich schon mal reinpacken, tatatat, kann ich dann auch mal die reinpacken, was haben wir hier, ein Statrick, hm, 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 also, was haben wir rausbekommen, eigentlich nicht viel, wir haben vier Pink rausbekommen, sonst ist alles blau, ok, ist dann doch ein bisschen arg schwach, sag ich mal, aber, ich bedanke mich fürs Zuschauen, und sag, bis zum nächsten Mal, tschüss.